Was glaubst du, was ich versuche? Wer will es von dem Zug schaffen, zieh hier auf! Heller! Er ist ins Kaisern! Soll es! So, der Kaiser! Dieser Ruhenzoll! Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug ratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als seinen Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Gilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen. Ist sicher. Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das gilt, dass er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Sie würden nie herkommen. Ich hab früher für ihn gearbeitet. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Nee, würde er nicht. Er hört auf sein Bauchgefühl. Und wenn er was hat, dann ist das Bauchgefühl. Von der Newsdesk von WLH 570, ein spezielles Report über den Krieg in unserer Stadt. Es hat sich gehofft, dass die Gesetzgeber und das General Publikum... Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komm ich da nur ran? Wo willst du hin? Alles ruhig. Wo willst du hin? In Form Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Ja, ich bin noch dran. Oh Gott. Hey, warten Sie! Oh Gott! Oh Himmel! Oh Gott! Tommy, was ist los? Komm schon. Scheiße. Komm schon. Ab, 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 ab. Winnie! Es... ging alles schief. Reiß dich zusammen, Tom. Was passiert ist, ist passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kriegen wir es, Sergio. Was meinst? Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georgios Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Erlie die Stadt. Oh Gott. Oh Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich bin da. Tut mir leid. Ab ihn im Visier. Ja! Das sieht übel aus. Oh Mensch! Oh Mensch! Oh Mensch! Oh Mensch! Oh Mensch! Was? Was drauf, hä? Er hat's auf mich aufgeteilt! Was? Abbie! Wofür bezahle ich euch? Endet alles auseinander! Wofür! Mach's mir einfach nach! Mach's! Fackelt ihn ab! Brandbombe! Das war für dich! Nimm ihn in die Zange! 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 Ich geh in Deckung! Ich geh in! Knaht ihn an! Hol ihn da runter! Kamin, gefeuert der Morano, geh sie ins Depot! Wir halten ihn an! Es gibt kein Versteck! Knaht ihn an! Knaht ihn an! Was ist passiert? Ein gottverdammter Zug! Ich bin da drüben! Der Licht entkommt! Jetzt ist es ernst! Das war's für dich! Feuer! Aaaaah! Was willst du? Kate? Geld kann ich dir geben! Wenn du dich umbringst, will mein Bruder alles verdichten, was dir lieb ist! Los! Dann bringen wir's zu Ende! Du hast mich nur angeschossen, du Arschloch! Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? Was hab' ich dir gesagt? Niemand kann mir was! So viel Glück hast du nicht, Bastard! Warte! Nein! Warte! Aaaaaah! 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 Vielen Dank.